Herzlich Willkommen bei Fernsehkritik TV. Bleiben wir noch ein bisschen beim Wort Propaganda. Denn das, was die Tagesschau sich am Mittwoch geleistet hat, also direkt vor diesem Film, der gerade eben Thema war, das kann man auch zweifellos als solches bezeichnen. Also der Themenabend in der ARD war wohl ARD intern eher so eine Art Themenabend Gehirnwäsche oder ich weiß nicht genau, was das sollte. Es geht um die Pläne der NATO, sich weiter verstärkt Richtung Osten auszuweiten. Das ist ja etwas, was durchaus kritikwürdig sein sollte und auch kritische Stimmen natürlich jede Menge hat. Und deswegen ist es umso erstaunlicher und umso skandalöser, dass die Tagesschau einen Bericht gezeigt hat, der zwei Minuten lang nur die reine NATO-Sicht dargestellt hat. Also keine kritischen Stimmen oder sonst irgendwas dazu. Ja, man hat das Gefühl, das ist ein Bericht, der direkt vom NATO-Hauptquartier im Grunde genommen geschrieben wurde oder konstruiert wurde. Wir machen das mal ganz analytisch und beginnen mal mit der Anmoderation dieses Beitrags durch Jan Hofer. Die NATO will sich im Vergleich zu Russland militärisch besser aufstellen und dazu die Logistik stärken. Hierfür werden zwei neue Kommandozentren eingerichtet, eines davon in Deutschland. Laut Generalsekretär Stoltenberg sollen sie dabei helfen, Truppen und Material schneller zu transportieren. Die NATO hatte zuletzt bereits mehr Soldaten nach Osteuropa verlegt als Reaktion auf die Ukraine-Krise und die Annexion der Krim durch Russland. Ah, da haben wir schon wieder das böse Wort Russland. Das durfte natürlich nicht fehlen. Ja, allein schon Wortschöpfungen wie militärische Logistik verbessern sind ja hochinteressant. Vor allem, wenn sie eben vom Tagesschau-Sprecher kommen. Also vor allem ist auch entscheidend, er sagt ja, die NATO verlegt die Truppen als Reaktion auf die Ukraine-Krise und die Annexion der Krim. Ja, als wenn die NATO damit überhaupt nichts zu tun hätte. Das wäre nur eine Reaktion auf das Ganze, ja. Also die Tatsache, dass eines dieser neuen NATO-Quartiere in Deutschland aufgemacht werden soll, ist ja auch sehr interessant, wird aber auch nicht weiter kritisch beleuchtet. Also es wird uns verkauft als etwas ganz Tolles, was hier jetzt passiert. Genauso wie Hofer es gesagt hat, hätte es auch ein Sprecher der NATO sagen können. Ja, und dann folgt der Beitrag selber. Im Januar im sächsischen Bautzen hält die Polizei einen Schwerlasttransport aus Polen an und legt ihn still. Die Ladung war schlecht gesichert. Außerdem fehlten für die sechs US-Panzerhaubitzen nötige Papiere. Endstation statt reibungsloser NATO-Transport. Diese Panne ist kein Einzelfall. Jetzt zieht man Konsequenzen. Deutschland soll ein Kommandozentrum aufbauen für NATO-Transporte. Es soll eine Art grenzenlosen Schengen-Raum geben für die Truppe. Wir wollen so etwas wie ein Military Schengen innerhalb Europas dann auch bilden, das zügig und unkompliziert, ohne große Bürokratie, mit großer Geschwindigkeit dann auch verlegt werden kann. Also verstehe ich das richtig? Ein belangloser Vorfall an der deutsch-polnischen Grenze im Januar soll quasi mit ausschlaggebend sein dafür, dass das jetzt gemacht wird. Das finde ich doch schon mal sehr interessant. Und vor allem das, was gemacht wird, wird von der Verteidigungsministerin als Military Schengen bezeichnet. Auch wieder eine schöne Wortschöpfung. Ich meine, Schengen steht ja eigentlich für was Positives. Das ist ja der freie Reiseverkehr innerhalb der EU und jetzt Military Schengen. Das finde ich schon mal sehr interessant, ja. Also was quasi für Touristen sozusagen problemlos möglich ist, soll auch für das Militär künftig problemlos möglich sein. Bis an die Ostgrenze wohlgemerkt. Spätestens hier wäre eine kritische Stimme zur ganzen Thematik dringend notwendig gewesen. Aber wir warten weiterhin vergebens darauf. Denn jetzt geht die Propaganda munter weiter. Nur mit viel Zeitaufwand lasse sich Ausrüstung wie Mannschaft verlegen. Vor allem zu den baltischen Bündnispartnern heißt es. Im Vergleich zu Russland hat die NATO an ihrer Ostflanke weniger kampfbereites Militär stationiert. Sind es im Bündnis gut 31.800 Soldaten, stehen auf russischer Seite 78.000. 129 NATO-Kampfpanzern stehen gut 750 russische gegenüber. Anders nur das Verhältnis bei Kampfflugzeugen. Hier ist der Westen insgesamt mit mehr als 5.000 in der Überzahl gegenüber 1.250 russischen. So, das ist sehr interessant. Wir sehen also ein paar schöne Grafiken von der Militärstärke Russlands und der NATO. So stark sind die Russen also und so schwach ist die arme NATO. Es wird zwar im Offtext die Ostflanke erwähnt, aber in der Grafik selber ist davon nichts zu sehen. Also der unbedachte Tagesschau-Zuschauer sieht nur diese Zahlen und diese Grafiken und denkt sich, naja, wenn der Russ so stark ist, dann muss da natürlich was geschehen. Aber man sollte sich mal anschauen, wie denn Russland im Vergleich zur NATO militärisch tatsächlich dasteht. Da kann man ja auch sich Grafiken anschauen. Und dann ist das ein ganz anderes Bild, was Militärstärke und Militärausgaben eben angeht. Und insofern wird hier Äpfel mit Birnen verglichen, denn das westliche Baltikum ist sehr viel kleiner als der russische westliche Militärbezirk. Das heißt also, man kann nicht diese Zahlen sozusagen generell anders setzen und sagen, guck mal, die haben viel mehr als die, wenn dieses russische Gebiet ja sehr viel größer ist und dadurch in diesem Gebiet viel mehr Militär sozusagen auch stationiert ist. Und dann kommt noch ein O-Ton. Aber glauben Sie mal nicht, dass der wenigstens kritisch wäre. Die Bundeswehr müsse stärker aufrüsten, fordern Experten. Ein neues Kommandozentrum sei lediglich ein Anfang. Es ist zumindest ein Zeichen dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland sich engagiert im Bündnis. Dass noch besser wäre es, wir würden sagen, wir streben Modellcharakter an bei der Verstärkung unserer militärischen Handlungsfähigkeit. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, na super. Na, der hat bestimmt eine kritische Haltung zur NATO als Militärlobbyist. Ist ja klar. Na, da hoffe ich doch mal, dass zumindest die Korrespondentin selbst ein paar kritische Worte findet. Die NATO wolle keinen kalten Krieg, betont Generalsekretär Jens Stoltenberg. Doch die Militärpolitik Moskaus wird hier zunehmend als aggressiv wahrgenommen. Die NATO will ihre Mitglieder schnell und effektiv unterstützen können, sollte es zum Ernstfall kommen. Sie hörten Bettina Scharkus, Pressesprecherin der NATO. Ja, also sollte es zum Ernstfall kommen. Ja, welcher Ernstfall denn? Wovon redet die Frau denn überhaupt, fragt man sich. Aber schön, dass sie noch betont, die NATO wolle ja gar keinen neuen kalten Krieg. Also man will nur das Gute auf Erden sozusagen. Das soll uns hier klar gemacht werden. Also ich will noch mal betonen, natürlich ist Russland kein Waisenknabe. Das ist mir auch klar. Aber hier wäre es wirklich angebracht, einen Beitrag zu machen, der auf jeden Fall auch kritische Stimmen bringt zu der ganzen Geschichte. Auch seitens Russlands, auch das wäre angebracht gewesen, aber auch das fehlt in diesem Beitrag komplett. Also das ist wirklich für mich jedenfalls eine sehr einseitige Berichterstattung, die hier stattfindet. Vielen Dank.